Liebe Fans, hier ist Luca Zuffi. Ich bin bei der Koch-Challenge nominiert worden von Fabian Frei. Und weil ich letzte Woche Geburtstag hatte, packe ich nochmal meinen Lieblingskuchen, einen Gugelhupf. Er war so gut, dann muss ich es nochmal probieren. Und ich hoffe, er hat einen Freude dran. So, das ist der fertige Gugelhup. Darüber machen wir Puderzucker. Und dann können wir ihn anrichten. So, das wäre es gewesen. Als nächstes nominiere ich Silman Wittmer. Ich bin gespannt, was er macht. Ich geniesse jetzt noch ein Stück von meinem Kuchen. Vom Guten miteinander.